Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite rette die Welt. In diesem Video werde ich euch über das Heldenauswahlsystem in der Season 8 informieren. Dazu kam jetzt ein Blogpost von Epic Games selbst und in dem Blogpost wird alles erklärt. Zur Zeit ist es so, man hat drei Helden, ein Hauptheld, von dem die Stats dann auch Geld nehmen, die man dann später richtig spielt. Dann hat man taktischen Bonus. Da gibt es ja meist so etwas wie, ähm, ja, Verbesserung eines Geschützturms oder so. Und dann gibt es noch den Unterstützungsbonus, wie zum Beispiel mehr Crit Damage. Und, ähm, das Ganze wird eben halt komplett erneuert in Season 8, wenn er rettet die Welt. Und, ähm, ja, hier wird es auch nochmal erklärt, hält die Unterstützung taktisch. Und die neue, ähm, die neue, ähm, das neue Heldensystem besteht aus sieben Komponenten. Ein Kommandant, also der hält heutzutage, äh, fünf Teammitglieder, die im Prinzip taktisch sind. Und dann noch ein Unterstützer, äh, äh, nee, und ein Teamvorteil. Fünf Teammitglieder für Unterstützung und ein Teamvorteil. Ähm, die haben kein, Helden haben keinen, ähm, Komplettsatz statischer Vorteile mehr, die ja Gameplay definieren. Aber heutzutage ist ja so, dass, ähm, ein Held ganz, ganz viele, ähm, Stats hat, die ihn besonders machen. Das wird damit eben halt ein bisschen aufgehoben, dass ein Held eher weniger besondere Fähigkeiten hat und das Ganze dann mit den anderen Helden aufaddiert wird. Und damit kann man eben halt auch seine ganz eigene Art spielen. Jetzt kommt genaueres zum Kommandant. Ähm, der Kommandant ist eben halt der Held, den man steuert. Das sollte klar sein, ähm, dieser hält bestimmt deine Fähigkeiten, die man haben kann, Klassenvorteile und den Kommandantenvorteil. Ähm, einen Kommandantenvorteil erhält man, wenn man, wenn der Held auf, äh, Stufe 2 ist. Und das ist dann auch ein deutliches Upgrade, wie heutzutage eben halt auch schon der taktische Bonus, den man ja auch erst ab, ähm, Stufe 2 freischalten kann. Dann gibt es das Unterstützungsteam, bestehend aus 5 Unterstützern, ähm, das ist eben halt die Unterstützung, das Rückgrat, der Aufstellung und, ähm, jeder, ähm, jeder, der, ähm, Helden beschert den Standardvorteil, den er hat. Ähm, wie zum Beispiel hier sieht man ja auch im Bild Locked and Reloaded, das heißt, ähm, dass wenn der wahrscheinlich irgendwie alle ist, das Magazin ist, dass es dann schneller nachgeladen wird, nachgeladen wird oder Nightstalker in der Nacht hat man mehr, ähm, ähm, Gottesanbieter, Sprünge, Work, Work, Schufte, Schufte, ähm, dass er mehr Abbauschaden macht. Und solche, ähm, Fähigkeiten, die eben halt die ganzen Helden auch schon von Natur aus haben, die kann man dann in den Unterstützungsslot packen. Dann gibt es noch die Klassenvorteile, ähm, 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 zum Beispiel wenn man Konstrukteur spielt, solltest du dich auch wie einer fühlen. Und, ähm, Klassenvorteile legen den Kern jeder Heldenklasse fest, ohne deine Gameplayentscheidungen unnötig einzuschränken. Beispiel Basis von, äh, hat sich Basis von einer Fähigkeit zu einem Vorteil der Konstrukteurklasse geändert. Daraus resultiert, dass sämtliche Konstrukteure über Fallenkreismenü auf Basis zugreifen können. Das heißt, dass die Basis wirklich, ähm, alle in der Klasse haben. Also alle Konstrukteure diese Fähigkeit haben. Wie zum Beispiel, hier kann man auch sehen, kinetische Überladung. Das haben auch alle, ähm, ja, alle Konstrukteure. Hier oben drüber sieht man auch, ähm, Commander Perk, also was der als Kommandant für Vorteile hat. Und, ähm, dann gibt es noch den Teamvorteil. Und prüfen die Stärke, äh, Teamvorteile prüfen die Stärke deiner Auswahl. Und, ähm, unter ihnen befinden sich die mächtigsten und am stärksten aufstellungsdefinierten Effekte des ganzen Spiels. Diese Vorteile sind nicht an deine Helden gebunden, sondern werden aus einer Liste nicht freigeschaltete Teamvorteile ausgewählt. Ähm, und wenn man den zuerst freischaltet, den Teamvorteilslot, dann bekommt man direkt vier, ähm, Teamvorteile und man kann eben halt immer weiter und weiter, ähm, ja, ähm, äh, ja, äh, freischalten mit Mission. Und dann gibt es zum Beispiel als Perk Höhenrausch-Anbieterin, dafür braucht man drei Ninjas in seinem Team, oder generell glaube ich drei Ninjas, und dann kann man mit dem Gottesanbieterin-Sprung zwei Extrasprünge machen. Oder zum Beispiel auch Doppelschlag für jeden Helden mit zwei oder mehr Sternen kostet ein nächster schwerer Angriff nach Gebrauch einer Fähigkeit 20% weniger Energie. Und 20 Teamvorteile wurden als Teil der Einführung der Heldenauswahl hinzugefügt, die man dann direkt auch wahrscheinlich schon hat. Und mythische Helden werden auch ganz einzeln sein, wie die mythischen Überlebenden, Anführer der Überlebenden, dass sie auch etwas Besonderes sind und nicht nur im Prinzip der legendäre Held kleines bisschen besser ist. Man kann dann die Aufstellung speichern und dann zwischen ihnen hin und her wechseln. Man kann auch Auswahlslots verdienen, indem man eine Kampagne abschließt. Das heißt, man kann sich mal bestimmte Heldenkombinationen speichern und denen aufrufen. Es gibt auch Abänderungen und zwar werden zukünftig beinahe alle neun Helden einen einzigartigen Vorteil haben. Das heißt, jeder Held ist einzigartig und da ist es auch egal, ob es zum Beispiel Demolierer Bull und Demoliererin Penny ist. Die haben dann auch unterschiedliche Perks. Und es werden erstmal Abänderungen an den exklusiven und zeitlich limitierten Helden sein. Zum Beispiel die Gründerpaket-Helden oder die limitierten Exklusivbelohnungen, wie zum Beispiel Geburtstagsbrigade Ramirez oder auch der Vollstrecker, den es ja jetzt im Winter-Event gab. Das verstehe ich unter zeitlich begrenzten Helden. Und da auch steht, Echtgeldangebote, also Gründerpakete, kann man sich auch gut vorstellen, dass mit Season 8 tatsächlich Rettetivill kostenlos wird. Weil sonst wird, zur Zeit kann man ja Rettetivill nur mit Gründerpaketen spielen. Und wenn da steht, nur die über Echtgeldangebote bekommen, äh, die man dadurch bekommen kann, dann muss es ja irgendwann auch das Spiel ohne Echtgeld geben können. Ähm, Heldenvergangene Events werden auch komplett erneuert. Und man wird auch, ähm, ähm, hier Gutscheine für die Heldenrekrutierung, äh, machen, damit man aus dem Sammelalbum Eventhelden rekrutieren kann. Und eben halt mit bestimmten Gutscheinen, damit auch der, ähm, Helden, die man früher schlecht fand, trotzdem, ähm, erforschen kann, wenn man sie damals irgendwie nicht als nötig gefunden hat. Oder weil man sie zum Beispiel auch schon, ähm, zurückgeschickt hat, weil man, weil sie einem einfach nicht gefallen haben. Ähm, und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und es wird auch viele Wege geben, wie man trotzdem noch an die Heldenvergangene Events rankommen kann. Ab dem, ab der Sturmschildverteidigung 2 im Brutal kann man außerdem noch 8, ähm, klassenspezifische Auftragsreihen, ähm, abschließen. Dadurch bekommt man dann noch zusätzliche Helden. Und es gibt, ähm, aktualisierte Belohnungen. Das heißt, dass es die Chance geringer ist, einen doppelten Helden zu ziehen. Das heißt, dass man nicht mehr zweimal irgendwie einen Held zieht, wenn man den schon hat. Und, ähm, zusätzlich kann man schnell, ähm, wird man schneller Helden-EP ver- beziehungsweise Helden-EP bekommt Materialien zur Weiterentwicklung, bekommt man dann mit Version 8.0, damit man auch direkt da etwas entwickeln kann. Zusätzlich, ähm, bekommt man auch in Plankerton, Brutal und Twine Peaks, wo die meisten Spieler zur Zeit ja auch sind, zusätzlich Helden-EP, Skizzen-EP und Überlebenden-EP, damit man daran schneller kommt. Und Gegenstände kann man zurücksetzen, wenn die verändert wurden, kann man zum Beispiel von Level 50 auf Level 1 wieder zurücksetzen. Ja, das waren alle Themen hier eigentlich zum neuen Heldensystem. Genaueres werden wir dann morgen in Season 8 erfahren. Dort werde ich euch dann auch nochmal genaueres Vorstellungsvideo darüber machen, wie es dann letztendlich im Spiel aussieht. Auf jeden Fall ist das schon echt ganz cool, dass man einfach verschiedene, ähm, Möglichkeiten hat, wie man seine Helden, ähm, ja, verteilen kann. Dass es dann nicht immer nur auf drei Helden bezogen ist und man so wirklich viele verschiedene, ähm, Kombinationen machen kann. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Checkt doch auch gerne alle anderen Videos auf dem Kanal ab und lasst ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.